Oh, jetzt aber! Auf zu bauen, chill die Hand! Oh, ne, doch nicht! What? Oh, oh! Ach, leerer Pool! Zum Glück ist er leer, genau! World Pool! Das ist die Bayblade Arena! Stimmt! Ey, du brauchst doch so einen, der kommt... Bayblade Arena, warum? Ja, dann kommt mal hier hin mit noch nem Kuruma! Ich kann mal anfordern! Wir brauchen doch hier mit nem Panzer! Ja, geht das nicht! Sind da ein bisschen gestorben! Ne, 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 ne! Ich dachte gerade, wir sind ein bisschen gestorben, so der Typ muss jetzt so erlauben! So, TJ, kill ihn! Bleibst du hier drin sitzen? Kann ich machen, warte, dann steige ich als Paarer ein! Yeah, wie hat das gemacht? Aketenwerfer, Lenkrakete! Hehehehe, herrde geil, das wird Spaß! Könnt ihr irgendwie zu uns hinkommen? Nein! Leute! Warum das denn nicht? Ja, weil ihr die ganze Zeit wegkreiselt! Nein, wir kreisen jetzt nicht mehr weg! Hallo, Pegasus Lifestyle Management, wie kann ich euch helfen? Ja, wir müssen da noch was erledigen! Danke, Sir! Ihr Spezialist-Vehicle ist jetzt... Da ist er! Er ist links, er ist links, er ist links! Da! Warte, wir müssen da noch was erledigen! Der Spawn von dem Panzer ist ziemlich gut hier! Das kriegst du als Rache, dass du mir eine Freundschaftsabfrage gesendet hast! Hehehehe! Der muss auftauchen, der muss irgendwo nicht auftauchen! Wie kann man nochmal mit dem Scharfschützengewehr ranzoomen? Alter, ist nach oben und unten! Da! Da ist er, siehst du? Gut! Hey, du hast ihn schon! Hey, das ist einiges, was wir hier machen! Wollen wir zu dir hinfahren? Da, da! Ja, ist er wieder auf der Straße! Let's go, Koppi! Sehen wir auch nicht! Yay! Die wollen! Yo, yo, yo! Ich hab'n fetten Panzer! Flucht! Rina, ich fliehe zu den anderen! Willst du mit oder hierbleiben? Kalbel fs aber! T piano, tada, tada, tada! Gell went selber! Was macht ihr jetzt? Also wenn du wieder rechts um die Ecke fährst? Wir wollen eine Bayblade Arena machen! Na klar, wir bleiben stationär! Seid ihr hier weggekreiselt? Nein! Wir sind hier noch! wie kreis hat ihr denn weg? nö das geht gar nicht wir haben einen leeren Pool gefunden Sina, verzeidigt uns rechts um die Ecke steht mein Hilfe ja das bringt also der geht bestimmt kaputt da sind keine drin sonst meinst du wo ist denn rechts um die Ecke? Ach da kannst du ja mal versuchen du musst die Scheiße nur wieder bezahlen du kannst du nicht 6.000 tun dir nicht weh doch ich bin nämlich Berti und mir bedeutet jeder sendet was ja das stimmt oh du bist ja nicht schnell flucht jetzt hab ich schon wieder einen Stern warum? weil du mein Auto kaputt gemacht hast ist doch nicht kaputt beschädigt tricola jetzt hab ich's kaputt gemacht okay das geht nicht auch noch einen Stern ey was absoluter Bullshit erstmal lässt er an callen ja genau kreisel du mal ne Runde okay 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 die epische fluchtvolle zeit mit pay play time 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 kreisel willst du dein eigenes Auto okay rede einfach nicht um mir ist mir egal ja stirb doch ey tschüss kreel kreel die 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 du sagst ob du ein eigenes Auto willst doch nicht alter du kommst ja nicht über die Mauer doch ich kann das ein Profi der Mund muss voll sein die Frau hat echt irgendwie recht ne Achim ist bei uns in der Lobby wer Achim ist Level 1 Achim ist in der Lobby oh Bulle Hilfe Hilfe also ich äh kann erst äh in zwei Minuten meinen Koma anfordern ist das Thomas da das ist die ooooh Hey steig mal in den Auto Oh Leute sie da wurde angekommen gefahren nöööö Thomas du musst in Dennis Auto und dann können wir noch einen zweiten hiervon machen und dann können wir Baybladen Au Ups Hey steig mal in den Wagen da ein und folg mal Thomas Wo ist der denn? Ja hier da direkt nehm dir den da wir müssen ein kleines Stück fahren noch So Oh Oh scheiße Oh scheiße Oh scheiße Los verpiss dich da ich bin kein Stern Wo soll ich denn hin? Mir folgen Na jetzt soll ich mich verpissen und dann soll ich dir folgen Nein ich hab mit dem Polizisten geredet Jaja Ja hab ich wirklich Wollte nicht überfahren fangen wir nicht hinten rein Ich muss den Windschatten auswürzen bei dem Du 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 mein wagen rechts das ist so die geile idee ist ich fahre wieder zurück zum pool ich nicht cool ich habe neulich mal was gesehen wenn man anhänger hat wo ein boot drauf ist kann man damit dann beim pier über die rampe fahren und dann ist es kann man das boot noch steuern im wasser während der anhänger mit dem auto untergeht das war cool ok thomas let's get raped kommst du mal zurück hier also aus der pool perspektive sagt dass er mit sich aus fupp dann bin ich auf einmal nach rechts weg ey what the shit ey hätte ich es jetzt gelohnt wenn ich auch aufnehmen könnte und der dann das gesehen hätte was ich so fupp weg ich konnte es dann mit der sharefunktion abspeichern so spitzenmäßig aus ne kann ich nicht da haben wir auch sterne super ich verstehe aber einfach noch nicht wieso ist dein panzer eigentlich zerstörbar von der polizei weißt du nicht nein ich glaube mal hey worauf willst du was so los hier mein jetzt kommen die ganzen kacken bullenautos hier hin einfach übermählen schon irgendein reifen ab der kopf von links oh hehehe 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 wow boah die scheiß bullenautos gehen wie hart auf den Sack ey das ist vielleicht hinderlich dass am ende der straßen eine polizeistation ist das könnte sein mein Auto müsste hier gleich irgendwo in der nähe stehen also sonst muss ich gleich cops schauen weg anmachen bevor du los klickst dann krieg ich wenigst keine für drei minuten meiner steht hier vorne direkt äh an dem haus der grüne ach da wo denn es jetzt mit nem Panzer ist ne überall kaputte Autos hier hehehe du musst Mörtels anrufen ja wo ist der wo die straße folgen direkt bei mir quasi hier am 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 Pool warte 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 nein Sina wir brauchen den noch wir brauchen den wirklich noch Sina alter Sina wir brauchen die noch beide nein es war ja hier am Stern wie lief die Rauchbomben rein ey morgens ist auch voll schlimm ja wenn ich jetzt sterbe jetzt keiner mehr in dem Auto dann verschwindet das das ist mein persönliches Auto Pferdi was machst du da üben dass ich Thomas gleich als Beyblade AAH was machst du da dein Rohr ist im Weg das hört ja öfters das hört ja öfters das hört ja im Park ständig das hört ja im Park ständig dennis dein Rohr ist im Weg dennis dein Rohr ist im Weg oh Hi Thomas oh Sina wie viele sind schon ab na keine wat doch vorne rechts rechts oh oh fuck und rechts seh ich nix ja 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 Ich versuch doch schon runter zu gehen. So, kreisel mal. Ich muss nicht kreisel funktionieren. Alter, da ist ein brennendes Auto auf mir. Dennis, das ist voll die dumme Idee. Kannst nicht kreiseln? Sag mal. Noll. Thomas hat den Citizen. Er hat auch ihn weggebattelt. Du musst irgendwie zu den anderen kreiseln. Ja, ich muss warten, bis er nicht drin ist. Sonst kreiseln wir wieder ganz weg. Ach, ihm soll auch ein TeamSpeak kommen. Wisst ihr doch, ich muss den hochziehen. Dann zieh den hoch. Hey, Achim. Yo. Der muss sich in den anderen Pool kreiseln, damit wir ein Beyblade-Battle machen können. Er wird nicht weggekreiselt. Was? Guck mal hier, wir müssen hier zu dem hier, in den Pool, dann können die sich battlen. Aber dann müssen die auch den Passivmodus ausmachen. Ja, aber ich wollte den nebenan machen wegen dieser Scheiß. Sorry, Dings. Da hätte ich fast gesagt, Missions-Thomas, du schaffst es. Alter, was geil wäre, wäre ein Cargo-Bob jetzt. Könnte mich auch irgendwer schieben mit einem anderen Auto, aber egal. Ja, Achim, schieb den mal. Dennis braucht den Panzer eigentlich gar nicht mehr, aber egal. Nein, ich brauche den noch. Die Bullen sind noch da. Bei mir sind die weg. Ja, die läuft neben mir her, du Clown. Ich weiß nicht, was die von mir will. Oh, da ist mein Wagen. Den können die sogar noch nehmen. Du hast da mein Boot runtergeschubst, du Arsch. Sina, was machst du? Alter, Alter. Ey, die Bulle läuft auf dir. Ey. Lief auf dir. Wow, danke denn. Du darfst nicht einsteigen, während ich mich kreise, Sina. Jetzt versuch mal zu kreisen. Oh, nee, versuch nicht zu kreisen. Nicht gegen die Bulle. Oh, das sieht gut aus. Da, rechts müssen wir rein. Ja. Halb ich bettel? Push ihn. Da müssen wir rein. Dreh dich mal. Ja, wir sind wieder drin. Let's go, Beyblade. Achim, hast du da eigentlich schon gesehen, was passiert, wenn man hier aussteigt jetzt? Nein. With ease versus silver blammo. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was passiert hier. Oh, der Berti. Achim kann auch einfach einsteigen. So einsteigen, ja. Oh, er ist was aus dem Ring raus. Ich kann jetzt auch einsteigen. Schlag mal ein. Alter, Achim, du bist ganz schön hell, okay? Da fährt doch das gute Jahre, müssen nur grün sein. Da fährt das weiße Make-up und der Outfit in grün. Dann bin ich jetzt fertig. Ich hab zwei Sterne. Aber ich musste noch einen Account erstellen und ja, hab halt nichts mehr. Keine Kohle, keine RP, gar nichts. Oh, Achim ist voll der Noob. Ich schießen. Hier soll mal ein Kopf reinspringen, Alter, wie der zermalmt wird. Thomas ist besser am Kreiseln. What the fuck? Lol. Dina, hast du gemacht? Alter, der springt. Wie hast du, wer hat er denn erlegt jetzt? What the fuck? Fahr'n Headshot oder sowas, keine Ahnung, aus dem Auto raus. Oh, das war ganz close, Thomas. Oh. Er braucht Sterne. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich hätt's nicht mehr. Oh, oh, wir haben verloren. Wir haben verloren. Ja, spring raus, schnell, geh raus. Ich bin gleich tot. Okay. Tschüss. Da fliegt er. Er macht uns stolz. Steig mal aus, Sina. Warte, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ich? Wir setzen, ich setz mich hier rein und wenn Achim gleich, lol. Warte, warte, warte. Alter. Ach, das bist du? Ja. Ich setz mich hier jetzt rein und Achim, du musst hinten rechts einsteigen. Und sobald wir jetzt einsteigen sind, macht Berti das Go. Ich hoffe, ich treffe den Punkt. Ich bin nicht genug weg. Der war scheiße. Bleib stehen und einer wieder raus und einer nur rein. Ja, ich muss aber erst den Punkt treffen. Ich muss eben erst den Punkt wissen. Wo ist denn Tobas? Ach, dahinten? Ich bin hier. Ich bin nicht weiter gekommen. Hast du den jetzt? Hallo? Hallo? Nein, ich hab ihn nicht. Berti, du musst dich konzentrieren. Oh, du musst den G-Punkt finden. Ja, das ist echt so. Okay, ich hab ihn. Okay. Achim nochmal raus. Und dann steigt wieder ein. Oh, das ist die Tür ab. What? Wow. Das war der Trick. Der Bruder ist tot. Ich will die Waffe haben. Loll. Achim, steigt das mal raus. Ich hab nur noch eine Tür. Ah, ich hab ein Schroppgewehr. Ich hab ein Schroppgewehr. Okay, die ist offen. Jetzt steigt wieder ein und dann drück sofort. Drück mal an und... Oh, du musst den Kreislaufpunkt finden, Achim. Jetzt ist es wieder zu. Ich? Warte. Wie dichter bin ich überhaupt? Oha. Ich hab keine Ahnung, wer ist im Drehnuss. Ich steig mal aus. Kreislaufpunkt. Alter, Sina! Alter, Sina macht die alle kaputt. Okay, die Tür ist auch ab. Ich hab noch eine Tür. Hallo. Ach, nur zwei Kills. Das ist viel zu weit weg, Thomas. Wieso viel zu weit weg? Viel zu weit weg, ey. Du verarschst. Muss ich volllaufen. Warte, ich schieße die Kops ab. Hallo, ich helfe euch. Will ich? Mein Schroppgewehr ist wieder weg. Was zur Hölle? Wer die aus meinem Autokop hat gekümmert. Hi, jup. Das hat er eh keine Türen mehr. Und ist vor allem so los. Beatty, jetzt bist du mein Erzfeind. Wieso, weil wir das vorhin? Ja, Beatty hat vorher mich schon mal gekillt. Vorhin, jedenfalls. Was? Ich? Wollen wir jetzt noch eine Erzeugung machen? Oh, jetzt ist es ja auch ab. Toll gemacht, Thomas. Ey, wieso ich? Ich hab noch eine Tür. Hatte ich auch bis gerade. Was war das denn für ein Kackstaat? Wärst du nicht so scheiße gestrahlt? Dann hätten wir die Tür noch. Scheiß, ey. Keine Ahnung, machen wir noch Heads ja. Können wir machen, aber dann höre ich ja auf. Wie lange hast du? Das geht mit dir ab. Ich hab fast eine Stunde. Ja, guck an. Siehste wohl. Ja, bis dann, Leute. Haut da rein. Tschüss.